Manchmal müssen wir in unserem Kabelnetz wichtige Dinge anpassen. Deshalb musst du ab und zu an deinem Fernseher den Sendersuchlauf starten. In diesem Video zeigen wir dir, wie das an deinem LG-Fernseher funktioniert. Wichtig, das Menü kann je nach LG-Reihe leicht anders aussehen. Drück auf die Taste mit dem Rädchen. So kommst du in die Einstellungen. Rechts öffnet sich dann eine Menüleiste. Geh dann runter bis zu den drei Punkten aller Einstellungen. Nun öffnet sich das Menü. Wähl hier den Punkt Sender und dann Programmsuche und Einstellungen. Jetzt bist du in den Sendereinstellungen. Wähl hier Automatische Einstellung. Setz den Haken bei Kabel und tipp auf Weiter. Danach setzt du den Haken bei Unity Media und tippst auch auf Weiter. Hier ist nun alles voreingestellt, du musst also nichts ändern. Tipp auf Weiter. Setz hier einen Haken und tipp wieder auf Weiter. Jetzt startet der Sendersuchlauf automatisch. Lehn dich entspannt zurück, denn der Sendersuchlauf kann einige Minuten dauern. Fertig. Genieß deinen Fernsehabend. Together we can.